Es begann mit einem leisen Zittern in seiner Stimme, als Florian Silbereisen in einem Interview zum ersten Mal offen über seine Beziehung zu Beatrice Egli sprach. Was als einfaches Gespräch über ihre gemeinsame Zeit und Karriere begann, entwickelte sich zu einem emotionalen Moment, als Florian seine wahren Gefühle offenbarte. Mit Tränen in den Augen gestand er, ich möchte nicht, dass unsere Liebe endet. Dieser Satz ließ die Fans aufhorchen und sorgte sofort für Spekulationen, was wirklich hinter dieser emotionalen Offenbarung steckte. Seit Monaten wird über die Beziehung der beiden Schlagerstars spekuliert. Florian und Beatrice schienen das perfekte Paar zu sein, immer gut gelaunt, erfolgreich und vereint auf der Bühne. Doch hinter den Kulissen scheint es nicht immer so harmonisch zuzugehen. Florians emotionale Worte deuteten darauf hin, dass die Beziehung der beiden mehr Herausforderungen durchmacht, als die Öffentlichkeit vermuten könnte. Das Interview begann unscheinbar. Florian wurde nach seinem aktuellen Leben gefragt, über seine Karriere und die gemeinsamen Projekte mit Beatrice. Er sprach mit Stolz und Begeisterung über ihre Auftritte, ihre Chemie auf der Bühne und die besondere Verbindung, die sie miteinander teilen. Doch dann, als das Gespräch auf ihre private Beziehung kam, veränderte sich Florians Ton. Beatrice bedeutet mir alles, begann er zögerlich. Sie ist nicht nur meine Kollegin, sie ist mein Fels in der Brandung, meine beste Freundin und die Frau, die ich liebe. In diesem Moment brach Florian die Stimme, und er hielt kurz inne. Die Kamera zoomte auf sein Gesicht, und man konnte sehen, wie er mit seinen Emotionen kämpfte. Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen, fügte er schließlich hinzu. Die Fans waren geschockt. Florian Silbereisen, bekannt für seine fröhliche, selbstbewusste Artikel zeigte plötzlich eine verletzliche Seite, die bisher kaum jemand gesehen hatte. Doch was war der Grund für diese plötzliche Gefühlsausbruch? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Florian gestand, dass es in den letzten Monaten immer wieder schwierige Momente in ihrer Beziehung gegeben habe. Es ist nicht einfach, wenn beide so im Rampenlicht stehen, erklärte er. Es gibt so viel Druck von außen, so viele Erwartungen. Manchmal ist es schwer, das alles hinter sich zu lassen und sich einfach auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt, unsere Liebe. Doch es war nicht nur der Druck der Öffentlichkeit, der Florian zu schaffen machte. Laut Insidern hatte das Paar in letzter Zeit auch mit persönlichen Differenzen zu kämpfen. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen von ihrer Zukunft, verriet ein enger Freund. Beatrice ist bereit, sich mehr auf ihr Privatleben zu konzentrieren, während Florian noch immer stark in seine Karriere involviert ist. Diese Differenzen führten zu Spannungen, die in den letzten Wochen immer wieder auflammten. Es gab Momente, in denen wir uns gefragt haben, ob wir es schaffen, gestand Florian in dem Interview. Aber ich weiß, dass ich sie nicht verlieren will. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Beatrice, die das Interview später sah, war sichtlich gerührt von Florians Worten. Ich wusste nicht, dass er so sehr damit zu kämpfen hatte, sagte sie in einem Gespräch mit Freunden. Es zeigt nur, wie tief seine Gefühle für mich sind. Ich schätze es sehr, dass er so offen darüber spricht. Doch während viele Fans Mitgefühl für Florian und seine emotionalen Geständnisse zeigten, gab es auch Spekulationen über den wahren Zustand ihrer Beziehung. Ist das das Ende ihrer Liebe? fragten sich einige. Oder ist dies der Moment, in dem sie erkennen, dass sie zusammengehören? Die Frage, ob Florian und Beatrice ihre Beziehung retten können, blieb zunächst unbeantwortet. Am Ende des Interviews, als Florian gefragt wurde, wie er die Zukunft mit Beatrice sehe, kämpfte er erneut mit seinen Emotionen. Ich will, dass wir das zusammen schaffen, sagte er entschlossen. Ich liebe sie mehr als alles andere, und ich werde alles tun, und unsere Beziehung zu retten. Die Fans reagierten überwältigend positiv auf diese emotionale Offenheit. Florian zeigt, dass auch Stars Gefühle haben und um ihre Liebe kämpfen müssen, schrieb ein Follower auf Instagram. Es ist mutig, so offen über seine Ängste zu sprechen. Ich hoffe, dass Beatrice und er diese schwierige Phase gemeinsam überstehen. In den Tagen nach dem Interview wurde bekannt, dass Florian und Beatrice viel Zeit miteinander verbrachten und über ihre Zukunft zu sprechen. Sie wissen beide, dass es nicht einfach wird, sagte ein Freund des Paares. Aber sie lieben sich und wollen einen Weg finden, um zusammen glücklich zu sein. Was als emotionaler Ausbruch in einem Interview begann, entwickelte sich zu einem ehrlichen Gespräch über die Herausforderungen, denen sich Florian und Beatrice gegenüber sehen. Doch eines ist klar, Florian Silbereisen möchte diese Liebe nicht aufgeben. Seine Tränen und seine Worte zeigten, dass er bereit ist, für die Beziehung zu kämpfen und dass er fest entschlossen ist, Beatrice an seiner Seite zu halten. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass auch in einer Welt voller Glanz und Glamur wahre Liebe oft auf die Probe gestellt wird. Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben gezeigt, dass sie nicht nur ein Traumpaar auf der Bühne sind, sondern auch im wahren Leben bereit sind, alles zu tun und ihre Liebe zu bewahren. Ob sie es schaffen werden, bleibt abzuwarten, doch eines ist sicher, Florian wird nicht kampflos aufgeben.